Hier gilt es, Punkte zu sammeln. Schauen Sie hinein in die Zwischenwertung. Nach der Hände der Vorläufe hat unser roter Helm schlägt Ihnen einen Zähler auf seinem Konto. Auf der zweiten war Damian Hirsch, null Punkte bisher. Dritte war für Stenek, wohl auch her, vier Zähler. Hier kann er bisher gesammelt werden, aus dem Spiel, ob er, wenn man hier drei Punkte vorzuweisen kann. Und da muss noch einiges passieren, um in die Halbfinale sicher einzuziehen. Allerdings wird einer, drei Kräger dazugekommen, und dann wird ein großer Schritt sein für in Richtung Halbfinale. Zschau Woda Zschau Woda Zschau Woda Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich